Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Project Minecraft in der Adventure-Map Magiguard. Ja, wir sind dem Ende nah. Haben alles hier rausgenommen. Kommt, Jungs. Cool, haben wir. Leo? Wo wollt ihr hin? Leo, wie viel macht dein Schwert? Schaden? Ähm, plus sechs. Plus sechs? Ja. Dust eins macht sieben, oder? Leo, warte, warte, warte. Wirst du unser Bogenschütze wieder. Leo, du wirst wieder unser Bogenschütze. Ich sneck den weg. So, weg. Wirst du unser Bogenschütze hier. Du kriegst den guten Bogen. Ist das der Unendlichkeitsbonus? Jawoll! Ich bin der Bogenmaster. Der Meister des Bogens. Der Meister des Bogens. Mir reicht ein einzelner. Ja gut, dann könnte das ja jetzt echt wirklich lustig werden. Das ist ja jetzt schon der finale Fight, oder? Gegen Gegner mit drei Millionen Lebensfunken. Ich bin ja jetzt mal gespannt, was kommt. Ich habe gelesen, dass da so Kommentare waren auf die Karte, von wegen, ihr hättet den doch ein bisschen leichter machen können. Für nicht PvP-Erfahrene wäre das wohl hart. Dann wird es witzig. Ja, vor allem gerade bei mir. So Nicht-Minecrafter-Erfahrene. Okay, wir können raus hier vorne. Wir dürften alles haben. Aus der Tür raus. Suddenly you feel... Bitte was? You are teleported to somewhere. Wo sind wir jetzt? Alter. Hä? Wo sind wir? Scheiße. Scheiße. Was passiert hier? Wow. Wow, total verwirrt. Aber es ist besser für mich, dass ich dich zur Holy Star, zur Spellbrook, zur... Ich kann euch genug bedanken. Ich habe nicht genug bedanken. Ich habe eine besondere Weile für dich vorbereitet. Death. Herni ist klar. Hessman ist da. Schieß drauf! Schieß drauf! Ich schieße! Ja toll, Leo kriegt's natürlich ab. Geh da runter! Runter mit dir! Ja, 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 ja! Mann, 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 Mann! Ich lauf ja schon, ich lauf ja schon! Zieh den runter! Ich ziehe den runter! Kann ich ihn schlagen? Ich ziehe den weiter runter, ich ziehe den weiter runter. ich bin dann auch gut bei Leben für mich ist klar komm ich zähle unter ich zähle unter das Problem ist haben wir es geschafft? ja, 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 komm, 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 komm ich geh mal runter ich rescue mich schon, das geht schon ich krieg beider Schaden, wovon krieg ich Schaden? er schießt ja, aber der kann gar nicht auf mich schießen, nein ah oh shit ich bin ganz runtergefallen den kriegen wir ich baller ihn mit Pfeilen voll ich baller ihn mit Pfeilen voll macht irgendetwas, macht etwas ja, ich oh, ich häng hier oben in der Schwindenwebe, weg damit, weg damit, weg damit, ich sterbe ich beschieße ihn jetzt hier die ganze Zeit ja, wir haben eben guten fünftel an Lebensfunktionen oh shit ja, ich seh's ja, ich seh's ich seh's, das geht, das klappt, das klappt, das klappt der hängt der hängt und noch gerade tut er mir nicht weh nein der tut mir weh, der tut mir weh und ich kann ihm nicht weh tun irgendwie keine Ahnung tut was shit alter nein ja, ist klar ich muss so was essen komm schon, stopp, stopp komm bitte, 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 bitte und nun boah, was hier Pfeile liegen so gut die Frage ist jetzt wie kommen wir hier raus hier ist ein j i d i oder hier oben hat's noch Kuchen j i unten um äh was ich lese mir mal die Bücher durch vielleicht finden wir da was um kann ich mir gut vorstellen j um ja, irgendwas mit den mit den, ähm j i u m wollen wir das mal einfach mal probieren j i j j ja, nein, nein, das ist nicht bestimmt j ja, den gibt's nicht hey kann man den Code angucken ich, 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 ich hab ne Idee hier wird ja öfters von Elgium gesprochen Elgium, ja hell ein G ne, mach mal Elgium Elgium funktioniert nicht warum nicht? hab ich mal wo ist das C, drück das C probier probier in dem Buch steht nix dran da auch nicht oh, Moment, ich hab ein Buch Spellbook Diffusion da was aber das hilft nicht, oder? ja ich hab zwei Rahmen die ich wahrscheinlich total verzweifelt hört ihr diese Musik? ja, haha, ich weiß es was denn? sag es uns ja D D N ha und zwar one day a young magician named Benjium went to the village for his duty just as he crossed the road there was a progression of high night das ist in dem guck mal ich hab die Bücher nicht mehr in dem vierten ok ich schmeiß es dir nochmal zu falls du lesen willst go to the spiritual lodge using the road between the tower of soul and the tower of water das ist wer will so ja, tower of soul, tower of water ja, da ist der tower of water das heißt, ja, hier geht auch ne Treppe hoch genau genau also gehen wir die Treppe hoch würde ich mal sagen zu Spirit Lounge genau, richtig genau, hier müssen wir auch oh, der Zauberer sieht geil aus ach, ich hätte hier wahrscheinlich noch ne Stunde länger gestanden bei dem wunderschönen Blick esse ich erstmal was ja ich hab dann noch etwas Deck gefunden also jemand was braucht ey, wir sind äh, wir können richtig picknicken auf unseren Sieg der war jetzt nicht nett, ne also muss man mal so sagen boah, ist das ein langer Weg ja echt mal also, also hätte ich die Tränke ordentlich eingesetzt ich glaube, man hätte ihn besiegen können so so und jetzt müssen wir hier runter wo wir letztens hingegangen sind also am Anfang ja, jetzt müssen wir zu ja, hier dem, äh da hinten lang ja, nun renn doch nicht so also die Map haben die auf jeden Fall richtig gut gemacht ja ouch ok, jetzt geht's zur Spirit Lounge ok, ich hab das Buch und den Stern ja, um und das beides brauchen wir jetzt, oder? ja, deswegen hab ich dir auch das Buch gegeben weil du den Stern hast soll es das jetzt noch gewesen sein? es ist only one left thing to do throw the holy star on the spell book precisely into the hole of my machine ok holy star warte, geh weg spell book das war jetzt schon mal nicht precisely einmal precisely und zweimal precisely look behind you oh die Sonne geht wieder auf break silence of time the sun rise again the person who will save the magic god kingdom an open new era it's playstoned das war's ich glaube es nicht ouch hause snooze steht im Boden drin ja, das war's we are waiting for you in front of your house all the villagers rescued from the tower kingdom has done restoration work bla 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 alle heißen uns willkommen wir springen mit ihnen also alle ist einer so, aber nicht viele zu feiern des Tages und dann geht's weiter zurück das ende ja, dann werden wir noch ganz kurz two years later captain you have finished your preparation for departure we are waiting for you in front of your house all the villagers were rescued from the tower kingdom has done its restoration work under your command and the 34th algem was elected the great wizard magic god kingdom offered you a high position however you rejected the proposal and chose to be a captain of the knights to find any traces left by your ancestor and to reopen diplomatic ties with lightguard kingdom you start a new adventure ja, und das war es dann das neue Abenteuer beziehungsweise das Abenteuer ist damit dann vorbei an dieser Stelle ja, das hat Spaß gemacht muss man sagen dankeschön an unka 39 auf youtube unter gazamo.com das gazamo network die haben das ganze hier gemacht thank you for playing da steht's auch nochmal für euch wir werden natürlich den Link jeweils zu diesem äh zu dieser Adventure Map unter die Karte äh Quatsch unter die Karte in die Videobeschreibung mit reinpacken ja und dann soll es das schon gewesen sein das war es ein unglaubliches Abenteuer hier mit dem Snooze und dem Hendrik äh die Extended Version über drei Jahre und 15 äh Tage und 34 Stunden gibt es mit Snooze hier gibt's noch Kuchen für diejenigen die die Version mit Bugusing und allem die Version mit Bugusing ja das hat Spaß gemacht anders kann man's nicht sagen ich glaube es wird Zeit um ein neues was ja da ist Kuchen ein Kuchen ey Kuchen 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 es ah ich hab einen Kuchen ich glaube es wird Zeit ein neues Abenteuer zu finden welches dies sein ich sag mal Jungs welches dies sein wird oder was wir in der nächsten Folge von Project Minecraft spielen werden womit es also weitergehen wird in dem großen und ganzen Projekt Minecraft denn genau das ist es ja was wir hier feiern das Project Minecraft ich hab mir überlegt wenn man jetzt jedes Projekt irgendwie einzeln macht dann ist das 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 bringt halt nix Minecraft ist ein großes ganzes Projekt und deswegen Project Minecraft und das nächste Projekt was wir dann angehen wird ihr werdet das erfahren auf meinem Kanal ich bedanke mich fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal hier bei Project Minecraft sagen der Leo der Hendrik der auch was sagen darf der Hendrik der Hendrik der Nuss der Nuss der Nuss der Nuss der Nuss hat natürlich wie gesagt die Extended Version und natürlich auch seine Sichtweite äh weite ja weiter naja gut ok weite weiter und länger und naja egal seine Sichtweise bekommt ihr auf seinem Kanal auch der ist natürlich in der Beschreibung mit unten drin einen äh guten Abend guten Nacht guten Morgen guten Tag das ist natürlich alles auch für meine Videos ja genau richtig richtig thank you for spending your precious time playing nur das das ist doch mal ein Wort zum Abschluss ich bedanke mich fürs Zuschauen vielen Dank für eure Zeit euren Willen euren Glauben an uns dass wir es doch noch schaffen bis zum nächsten Mal tschüss ciao guten Tag tschüss 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 tschüss